so muss das rote hin da muss das rote hin ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie ich weiß wie er durch die auf durch die auf durch die auf das gleiche noch mal was sie sich so beschwert aus er hat immer eine tabelatotaste für mich eingeklemmt ich will das ganze noch mal machen nur um zu sehen wie es aussieht äh, nein, nein, zu früh na, also ähm, da eins hin und da, okay, ich krieg jetzt los so, jetzt musst du da durch, jetzt musst du das gleich noch mal machen ach so, ich verstehe, ja ja, ist gut, ist gut, ist gut super, das hat er jetzt wirklich gebracht ja, schön, schön ok sehr gut ah, jetzt müssen wir gleichzeitig, ne, du musst da gleich halt drüber springen wo bist du denn jetzt, wo muss das denn hin, da du hängst da grad ein bisschen in der Luft na, was ist denn knapp gut gemacht alles läuft wunderbar also pass auf, das rote setzt du hier hin in die Mitte, genau jetzt mach das gleiche wie eben mit dem springen so, springst dann zurück und ich muss im richtigen Moment den Knopf drücken wo muss das Geld überhaupt hin, ah, da ist es schon das ist schon richtig ok ich sehe, wenn du das rote rein kommst drück, 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 drück zu spät auch, äh, ein bisschen drück sehr gut naja, noch ein bisschen und drück und drück ich muss noch ein bisschen früher jetzt ich hab jawoll wow jetzt war aber knapp glückwunsch zum abschluss des letzten tests aber etwas beunruhigt mich kann man ohne tödliche konsequenzen überhaupt noch von wissenschaft sprechen ja, wenn du redest, während wir zerbaut werden, dann hör ich nix ich hab grad kein Wort von dir verstanden, was du gesagt hast ich hab gesagt, ich hab den Satz gar nicht kennengelernt ich hab nur gehört kann man ohne tödliche konsequenzen und dann war es vorbei überhaupt von wissenschaft reden so naja ihr seid wirklich viel zu langsam entwickelt ihr etwa menschliche Gefühle? braucht ihr etwas Aufmunterung? vielleicht hilft das? Blue du bist das beste Roboter-Modell dessen Entwicklung Aperture Science je eingestellt hat au aah aah scheiße hahaha ich hab dich gewaltig ja, wir müssen gleichzeitig warst du bereit? ja 3 2 3 sehr schön 3 2 3 ja, das funktioniert ja ach das Ding, oh ne was war das nochmal? das war das, wo dann nachher die ganzen Stachel runterkommen oder so da, auf der Seite da muss ne Laser hin wo muss ne Laser hin? da vorne da rein ja, da ist ja hier eins hin und da und da wie und da ah ah weil ich? ach nein das müssen wir so machen das müssen wir ja machen wenn die du musst da hochfahren und dann dadurch fällt sich die hoch ja und wofür ist das? ich hab keine Ahnung probieren wir nochmal aus ach dann kann man hier runterspringen dann kann man irgendwo hin ja ich glaub ich weiß wahrscheinlich so ich bin am Ende hier klappt? ach ja ich glaub das war der Raum wo man einfach nicht durch kann genau da haben wir auch lange dran geknobelt aber ich weiß die Lösung nicht mehr wie war das nochmal? du musst auch rüberkommen du musst auch rüberkommen ich bin von hier ach du bist schon da ok so und zwar war nämlich irgendwie das Problem dass man da genau man kann da hin man kann aber nicht ja durch doch einer von uns kann schon da durch ja einer von uns auch nicht beide so ok bleib mal in der Tür stehen dann geh ich kaputt das haben wir ja schonmal gemacht ja kann auch wie war das nochmal? ah ich glaub ich weiß wie klar ich weiß wie ich weiß die Lösung ist total einfach mach mal doch mal die Tür auf bitte es ist super einfach so stell dich mal hier vor die Tür ach den Würfel ne? so pass auf ja den Würfel werfen anstatt diesen ja ja so hier kommt der Würfel hin dann kommt hier ein Portal hin äh nein Phil nein Phil nein wo ist das andere Portal? das ist drüben auf der der Seite ja ich hab ja hier ein Portal warte ja doch so geht das aber ne 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 wir setzen wir setzen einfach mal auf das dunkelblau hier hin warte so 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 nein 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 so so lass nämlich da oben ein und jetzt kommen wir rüber komm wir hier zur Tür das ist rote umsetzen das war nicht doch die ganze Zeit ja rot auf den Boden genau ah kletter ja aah ich glaub da haben wir beim letzten Mal im letzten Mal ihr habt euch eine Auszeit von den offiziellen Testtreppen verdient wir haben nichts verstanden weil du was gelabert wer die gelabert hat ne ich glaub wir haben letztes Mal dann 20 Minuten dann wieder raus ich hab wieder nix haha man ich sag ich glaub wir haben letztes Mal 20 Minuten oder so gebraucht um rauszufinden wie wir aus diesem scheiß Raum rauskommen ja ich weiß du kannst nicht reden während ich in diesem Ladebildschirm bin ansonsten das geht nicht du musst warten bis wir hier in dem Menübill in dem Warte auf ihren Partner drin sind ansonsten geht das nicht das ist total die scheiße so liebe Portal 2 Freunde ähm ich zocke jetzt weiter mit meinem Bruder Portal 2 Coop wir hoffen sehr dass äh der letzte Speicherpunkt gespeichert worden ist also dass wir die letzte Map weiter zocken können und mit dabei ja ist mein Kumpel Dennis der im Hintergrund lauscht und äh sich abfacken wird dass er das ganze nicht live sehen kann haha Adialo ne ich werde in der Zeit mein Minecraft Haus irgendwie weiterbauen scheiß Minecraft ich hasse Minecraft wie die Pest holt euch niemals Minecraft das ist so unkreativ man kann gar nix selber bauen man ist völlig abhängig vom Spiel man hat tausend total begrenzen ja man kann einfach seine Kreativität überhaupt keinen Lauf vor allem das Redstone das fuck einfach nur sowas mit ab ja baut niemals das mit Redstone guckt euch nicht meine Redstone Videos an die sind so scheiße ich baue nur kacke damit nur so klein scheiße wie öffne ich meine Tür mit Redstone mit Druckplatten ja Dennis hat mir letztens gesagt dass seine Tür nicht mit Redstone aufgeht sondern mit einer Druckplatte und ich habe versucht ihm das System zu erklären aber es ist ich habe es verstanden ja es war aber es hat gedauert ja das ist gut ausgedrückt so warte auf ihren Partner ich hasse diese Scheiße mit warte auf ihren Partner es dauert bei mir halt ein klein bisschen müsste aber gleich losgehen aber der braucht bei mir auch total lange um irgendwie Testkammern zu laden wenn ich die selber erstelle Ah! genug auf meinen Partner gewartet so wir haben Level oh ich weiß nicht was ihr da glaubt zu tun aber es gefällt mir nicht hör auf ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an und glaubt mir Menschen haben nur eine gute Eigenschaft ich stelle mal die Stimme von der Frau runter die ist nämlich immer einfach so höre ich euch nicht das kennen wir ja schon so ok was musst du nochmal machen wir waren bei Level Testkammer Nummer 2 ne oder waren wir schon bei 3 ähh wir ich weiß nicht ob wir 2 fertig gemacht hatten wir waren da wo dieser Ventilator war haben wir nicht fertig gespielt ne ich glaub das hatten wir nicht fertig es kann sein dass der uns da jetzt wieder weiter bringt also wieder dahin drücken wo wir waren kann sein ich probier's einfach mal aus ich hoffe es das hoff ich jedenfalls mal ich hab das auch sehr stark dass er nicht wieder von von vorne anfängt ich meine ganz zur Notfrippen wir dann ja auch dann sozusagen den Spielstand wieder herstellen und dann weiter aufnehmen ja ich schneide es einfach dann so dass es passt aber wäre natürlich mies für den Zuschauer wenn dann auf einmal so ein Cut im Gespräch kommt und dann fangen wir hier an zu labern von wegen ja ja wir haben jetzt hier wir laden und so aber ich warte ja sowieso immer stundenlang auf meinen Partner äh wie ihr sehen könnt na kein Kommentar was allerdings auch ein Kommentar war um das mal klar zu stellen ja um äh jetzt mal ganz pickelig zu sein jenes welches war auch ein Kommentar ach so wie viel Zeit habt ihr jetzt eigentlich aufgenommen in Minecraft ähm noch nicht viel ne das war vielleicht vier oder fünf Ingames noch nicht brauchst du nicht viel ah eher aufgenommen aber hochgeladen dies ist ein Experiment um herauszufinden wir sind auf jeden Fall an der gleichen Stelle wieder wir haben allerdings das Pulsen noch nicht gelöst ne das heißt wir wissen ja wie es geht diese Antwort lautet 0 Sekunden wir haben einmal hier und einmal äh was war das da also ja genau ich muss da hoch ich muss da runter springen und du musst äh was musst du nochmal machen ne weil ich muss da ich muss da hin das heißt ich fliege hier unten rein hier unten rein kommen wir da wieder raus und drücke damit den Knopf und ich muss ne 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 dann sprichst du durch ein Portal daneben da und kommst da wieder raus und kannst dir dann den Würfel da schnappen ok das heißt ich muss jetzt du sagst mir wenn du gesprungen bist wenn du den Knopfglück hast und dann muss ich direkt ja du musst kurz ein bisschen warten ah ja stimmt weil das immer so lange lädt wenn der Würfel raus geschossen wird ja warte du musst ich sag dir bescheid gucken wir das nochmal aus so und jetzt alter beim ersten Versuch wie krass sind wir denn wunderbar ja ja oh es gibt ein Problem mit ihrer Antennenverbindung nein 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 bitte nicht hört ihr mich noch? ja Gregor? ähm anscheinend hat mein Bruder gerade Skype-Probleme Gregor hat wahrscheinlich ein Disconnect er bewegt sich aber noch ist doch immer so ne Scheiße wenn ich immer wenn ich anfange irgendwas aufzunehmen dann kann so Scheiße dabei rauskommen um